Hallo Mädel und Jungs, liebe Freunde, liebe Bekannten, liebe Familie, ja, Weihnachten steht vor der Tür, Heiligabend kurz bevor, ja, auf diesem Wege möchte ich euch recht herzlich, also alles Liebe von mir, alles Gute und Schöne zu Weihnachten wünschen. Genießt die zwei Tage, macht's nicht so streng. Wir sehen uns dann in zwei Tagen wieder, in dem Fall genießt euch, frohe Weihnachten. Tschüss, euer Heinz.